Herzlich willkommen auf dem Caravansalon in Düsseldorf, hier in der Hümerhalle 17, wo ich Ihnen heute mit großer Freude unsere Messe-Neuheit, den ERIBA Nova S590, präsentieren darf. Hier sitze ich jetzt in unserer neu gestalteten U-Plus-Sitzgruppe, die so das Herz-Wohnstück des Caravans ausmacht. U-Plus, weil wir das U ein wenig rumgezogen haben, geschlossen haben, um hier eben mehreren Personen einen besonders gemütlichen Bereich zu ermöglichen. Wir haben gegenüber an alles gedacht. Wir haben hier den TV-Bereich. Direkt im Anschluss an die U-Plus-Sitzgruppe sehen Sie hier den großzügigen Küchenbereich mit einem äußerst großzügigen Kocher. Auch hier wieder den Tech Tower mit separater Gefriere und Backofen. Und im hinteren Bereich eben das Besondere, die Neuheit. Wir haben hier ein echtes Raumbad mit einer vollwertigen Schiebetür. Hier sind wir jetzt in unserem tollen Raumbad angekommen. Wie Sie sehen, können Sie hier eben mit einer vollwertigen Holzschiebetür den Bereich abtrennen. Sie haben trotzdem die Möglichkeit, hier das Rollo zu schließen. Das Bad haben wir sehr großzügig gestaltet mit einer Toilette, wo man sehr gut dran rein und raus kann. Wir haben hier ein Korean-Waschbecken, freitragend hier im Raum. Der Kleiderschrank ist raumhoch, bietet hier unten vier Schubladen für kleinere Wäscheteile. Sie haben oben ein Wäschefach mit der Kleiderstrange daran angebracht. Dieses Wäschefach können Sie in der Höhe verstellen, je nachdem, was Sie eben für Kleidungsstücke mit sich führen im Urlaub. Sie haben hier diese Duschkabine, wie Sie es von zu Hause gewohnt sind, mit einem echten Holzlattenrost und mit Echtglastüren. Diese Neuheiten und noch vieles mehr können Sie ab sofort bei RUKO Freizeitmobile in Frankfurt besichtigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017